Da gibt es einiges zu besprechen. Bürgermeister Tobias Gerdesmeier und Organisator Alfons Stratmann freuen sich schon jetzt auf die Gewerbeschau in Lohne. Am 2. April-Wochenende präsentieren sich dort 90 Aussteller auf insgesamt 7.000 Quadratmetern auf dem Schützenplatz. Es wird für jeden etwas dabei sein. Familien sind herzlich eingeladen, zu unserer Gewerbeschau zu kommen. Es wird Angebote für Kinder geben, für Erwachsene, es wird Modenschauen geben. Ich glaube, es wird wirklich ein tolles Ausflugsziel im April sein. Ich lade alle Bewohner des Landkreises Vechta und darüber hinaus ein, hier zu uns nach Lohne zu kommen. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir uns als Stadt Lohne im Rahmen unseres Standes präsentieren können, dass wir den Einwohnern für Fragen zur Verfügung stehen, dass wir in Dialog kommen mit den Menschen. Und wir freuen uns natürlich auch auf die Ausstellerparty, die am Freitagabend stattfinden wird. Weitere Infos zum Thema gibt es in der OV oder auf der Webseite www.gewerbeschau-lohne.de